Interskripte werden Sie jetzt unter Anwendung von Zwang hier von der Straße räumen. Appelliere nochmal, leisten Sie keinen Widerstand, stehen Sie auf, gehen Sie von der Straße, machen Sie den Kreuzungsbreich frei. Ende der Durchsage. Ende der Durchsage. Ende der Durchsage. Ende der Durchsage. Aber da kommt schon wenig raus. Damit das grüne Gewächs besser wächst, weißt du? Deswegen nur einspeisen, so wie in Holland. Das Schlimme ist, da sind die ältere Eltern dabei, die die Jungen führen und einpeitschen. Von den Potenten zusammen mit der Familie. Aber sie sind eben Angst, dass das gibt. Das heißt, viele von ihnen... Hier kann man alleine schon mitgehen. Aber dann machen sie immer den Blick und dann... Es sieht ja fast nicht aus. Es erfolgt eine Durchsage für alle Personen, die hier Presserechte wahrnehmen. Alle Pressevertreter begeben sich jetzt bitte auf die rechte Seite der Geismar Landstraße. Ich wiederhole alle Personen, die hier Kameras halten und hier Presserechte wahrnehmen. Gegeben sie bitte in Fahrt Richtung nach rechts auf die Geismar Landstraße. Zum Zweiten, die Anwendung zum Steinskram muss freigemacht werden. Die ersten Dienstfahrzeuge müssen da durchfahren. Bitte machen sie den Bereich frei, dass die Fahrzeuge hier passieren können. Für die Personen, die hier auf der Kreuzung stehen, appelliere nochmal. Bitte begeben sie sich 50 Meter rückwärts. Sie können dort ihren friedlichen Protest weiterhin zum Ausdruck bringen. Anderenfalls werden sie hier unter Anwendung von Zwang von der Straße geräumt. Bitte leisten sie keinen Widerstand. Bleiben sie friedlich. Folgen sie den Anweisungen der Einsatzkräfte. Ende der Durchsage. Wir werden ihnen in Rache frei. Wir werden ihnen in Rache frei. Wir werden ihnen in Rache frei. Die Klinik, die Klinik, die Klinik, die Klinik! Gut geschützt, ne? Ja, bei Messefix haben sie eigentlich nur Glück, weil so viele Kameras da sind. Ja, wie du meinst. Die Polizei greift nicht so hart an, dass wir das in Ruhe geholt haben. Wir wollen, dass es in die Roten ist. Das ist nicht so gut. Wir wollen, dass es in Ruhe sein soll. Und wir wollen sie auch neu streben. Durch Ihre Verk avez sie ihn str död. Wir wollen sie P circuits aussortieren. Chohei Aufmerksamkeit für die kernel leer. So, ich schreibe weiter von den hominellen Faschisten zurück in der Nähe der Lebensschlase und ich glaube, es werde jetzt weiter organisiert werden, hinter diesen Raden, die von der Polizei, die im Job, wenn er steht, dann ist er noch ein Gottmacht. Halt dein Maul! Halt dein Maul! Halt dein Maul! Also wir bleiben jetzt nicht stehen, weil die Ampel hoch ist, das ist klar. Ah, es geht ja langsam weiter ihr Lieben. Das haben wir ja gesagt. Der Neunte, das ist der Chef der Einsatzleitung, der irgendwo dahinten sitzt und das ganze von oben überwacht, der hat uns ja versprochen, wir alle Mittel einsetzen, die nötig sind, damit wir heute durchgehen. und wir geben ihm mal eine Chance, auch dass das heute bis zum Ende gut funktioniert, auch mit kleinen Holtereien, aber bis jetzt noch sind wir auf der Straße. Kürzlich und die Frau Bräustelt sollten mal lernen, das Versammlungsrecht und den Schutz zu achten. Artikel 8 des Grundgesetzes, Frau Bräustelt, haben wir vergessen, die Frau Bräustelt mit Olaf Scholz essen, das ist auch vergessen, aber vor allem aber relativ eng hinter unserem Wagen bleiben. Die Polizei steht links und rechts und hinter uns Flaggenschutz, das ist in Gründung notwendig, Flaggenschutz für das Recht. Ein Hammer vor Bräustelt. So, ihr bleibt eng am Wagen, beziehungsweise hinterm Wagen und behindert die Polizei nicht bei der Arbeit. Und die dürfen auch ruhig, die kann die Polizei mal ruhig beklatschen, die gerade unseren Job vernünftig machen. Danke für die Zeit, es hat ein bisschen gedauert, aber ihr seid ja im Einsatz. Und Göttingen viel wird stattfinden. Wir kommen so lange wieder. Bis ihr es kommt und dann kreien es bei uns. Und ihr könnt auch aus den Kalkammer werfen. Wir kommen groß in Wiener. Bis zum nächsten Mal. Was ist das? Das war's. Geh, Geh, Geh! Das war's für heute. Halt, 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 Halt! Halt, 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 Halt! Halt, 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 Halt! Halt, 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 Halt! Halt, Halt, Halt! Halt, 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 Halt! Halt, 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 Halt! Ja, Götting, die Hochburg für die Völkerverständigung.